So, ich habe jetzt gerade gemerkt, dass der mit, ähm, ohne Aufnahme, mit ohne Aufnahme wesentlich schneller lädt, überraschenderweise. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich jetzt immer erst nach, okay, zwei Gegner hier mal leben. Ähm, alter, fetter Legs, uncool, uncool, uncool. Ähm, deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich immer die Aufnahme erst starten, wenn ich bereits im Spiel drin bin oder ganz kurz davor oder so. Muss ich mal sehen. Nein, wo war Granate? Da war die Granate. Ach, sind eh nur Grants. Die können nix. Team Mitglied? Ja, Hammer geil, kommt immer gut. Ups, ja. Alter, Gottes Willen. Erstmal ein paar Luftkicks machen und dann werde ich gekillt. War ja klar. Ach, scheiße, Mann. Ich bin noch ein bisschen irritiert hier von der Steuerung. In der Beta hatte ich das alles ein bisschen anders. Ja. Geil. Ach. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Hallo? Hupfer? 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 Ja. Hey, wo ist der denn hin? Ach, da. Ja, natürlich. Am Arsch! Ziehleine, Mann. Ich weiß gar nicht, was jetzt Granaten gegen Titans bringen. Ähm, es gibt ja diese Elektro-Granaten irgendwie bei EMP-Granaten. Die sind, glaube ich, äh, auch für, äh, Titan konzipiert. Die machen, glaube ich, gegen, äh, Fußsoldaten nicht so viel Schaden wie die normalen. Ach, komm, geht drauf, geht doch. So, nochmal 30 Sekunden weniger und jetzt mache ich den fetten Abflug und nehme den noch mit. Jawohl, endlich mal wieder ein Kill hier wenigstens gemacht. Ich kenne die Maps auch noch nicht. Das ist natürlich auch dann immer noch ein bisschen, äh, gewöhnungsbedürftig. Zack. Einfach, weil ich's... Alter, Mann, das ist ja... Was soll denn der Scheiß hier? Ja, genau. Gleich auch mal Fett auf die Fresse bekommen. Am Arsch. Fuck. Fuck. War ja klar, dass ich das wieder verbockt hier. Ach, Mann, ey. Guck mal, ich kann das viel besser als der. Und tschüss. Und versuchen wir mal hier doch noch irgendwie was hinzukriegen. Boah, nö, ey. Scheiße, ja, ballert der da mit seiner fetten 40mm Kanone rein. Alter, wie das mit unterleckt. Das ist ja wohl ein Witz. Shit. Da wollte ich den nicht hinhaben. Aber egal. Alter, das geht ja mal gar nicht. Was geht denn hier? Ja. Wenigstens noch ein Titan hier gedoomt. Nicht ganz, äh, nutzlos hier untergegangen. Alter, das geht ja mal gar nicht hier mit den Legs mit unter. Das ist ja richtig übel. Ich hab auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie anders oder besser geworden ist. So, weg da. Und ab unter die Decke. Hammergeil. Jawohl, Double Kill. Nice. Aber trotzdem, das haben wir wieder mal verloren. Das Spiel. Das ist scheiße. Da wollte ich wieder Granate werfen, aber ich drückte immer auf G, dabei sind die auf F. Das muss ich nochmal umändern. Da war ich besser. Da auch. Nicht mit mir hier. Zum Glück hat das noch ausgereicht, du. Scheiße, jemand dann. Nein. Oh, da kommt der Wichser da noch an. Scheiße. Na egal. 5 zu 4. Hey, ich bin positiv. Sehr schön, das freut mich doch. Obwohl es anfangs nicht so gut aussah. Wo ist denn das überhaupt? Ach, da ganz. Das hätte ich ja noch ein ganzes Stück gehabt. Das hätte ich wohl auch nicht geschafft. Ja, wenigstens konnten einige entkommen. Und ich glaube, ich stelle gleich doch nochmal ein bisschen Anti-Aliasing und so runter. Mal schauen, ob das was hilft. Braucht ihr im Normalfall fast mit der meisten Leistung. Alter, eine 400er Ping, WTF. Dann schauen wir doch mal, was ich hier alles bekommen habe. Level Up habe ich noch. Geschafft. Level 5, jawohl. Unlocks. Jetzt kann ich eigene Piloten machen. Das werde ich auch nutzen, auf jeden Fall. Und das hier könnte ich geschafft haben. Da habe ich ja so viele, ja. Da habe ich so viele gekillt. Alles klar. Dann bedanke ich mich hier fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.